Wie es hier ist, kann ich sehr schlecht beurteilen. Akrobatisches Goal von Tom Lanta. Was mir eigentlich Sorgen macht, ist Lukas Fadenschwander, der raushumpelt. Er wird dann noch nach dem Pass halb angegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und er schaupert sich dann, hoffentlich ist das nichts Schlimmers. Wichtig, dass von dieser Position noch so ein Zeichen kommt. Ähm, dass man sich da noch nicht der Niederlage hingegeben hat. Es ist schwierig zu beurteilen, als nichts sehen. Die blaue Hänge nachher. Sieht sich gerade auch von einer graben Unsportlichkeit aus. Von einem Schlag.